Hier in diesem Zoo wurde eine Plastikflasche in das Gorilla-Gehege geworfen. Yo, der Bray hat sich mal kurz gedacht, ich f*** diese Zoo besuche. Ja, das ist der einzig richtige Weg. Und wisst ihr, was auch der einzig richtige Weg ist, um in den Tag zu starten? Natürlich mit einem Bennett-Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Banger-Banger-Banger-Video. Ich bin wieder back aus dem Winterschlaf. Und das bedeutet, es gibt wieder eine gottlose Ladung an Clips für euch. Und vertraut mir, heute wird wieder ehrenlos. Okay, das beginnt schon so unglaublich random. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sich da extra anstrengt, damit er nicht selber in der Pfanne landet. Also wer auch immer für dieses Setup hier verantwortlich ist, der ist absolut krank im Kopf, man. Obwohl, nein, nein, was labere ich. Little Bro hat bestimmt selber den Pfannenwender in die Hand genommen und sich gedacht, Jipp, let him cook. Und apropos let him cook. Also ich habe keine Ahnung, was der Typ hier kochen wollte. Yeah, let him cook. Genau das bin ich auf dem ersten Date, wenn ich meinen Crush beeindrucken will und so sage, ey, 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 guck mal, was ich cooles kann. Der hat echt hardcore reingesch... Mann, das ist, glaube ich, echt richtig unangenehm. Auch dieser ganze Saft ist überall hingespritzt, bei jedem ins Gesicht, auf die Teller, an die Wand. Und ich habe hier gleich noch jemanden gefunden, der unbedingt die Ladies beeindrucken wollte. Eigentlich ist er nur ein normaler Kellner, aber für die Ladies auf der Strandliege macht er eine dicke, dicke Show. Oh, shit, Mann. Alles war gut, bis er sich den Mädchen genähert hat. Und dann wurde er aufgeregt und hat die Bag gefumbelt. Ey, und ich komme nicht drauf klar, wie dieser Filter mit den Wimpern bei seinem Gesicht anging. Ey, warum, Mann, warum? Ist es nicht schon Blamage genug, dass es ihn voll auf die Fresse haut? Und dann hat er noch diesen Goofy-A-Filter drauf. Oh, Mann, der Arme, der wollte so eine coole Einlage machen mit seinen Inline-Skatern da, aber... Ja, leider war das wohl nix. Wait, Bro, you need a flopper? Okay, das ist wirklich ein anderes Level. Wie kommt man auf diese Idee schon wieder? Also, ich sage ehrlich, das sieht ein bisschen lustig aus, aber das ist wirklich absolut gottlos, Mann. Die armen Fische, Bro. Chill doch mal. Wie würdest du es finden, wenn Brett sich so ein 40 Meter Wal bei dir zu Hause in dein Zimmer reinspringt? Wäre bestimmt auch nicht so cool, hä? Wait, Bro, you need a flopper? That's so messed up, Bro. Like, do you even care about the fish that... Ja, true, true, true. Endlich sagt es mal jemand. Nachdem ich ihn hier gesehen habe, wie er da reinspringt, habe ich kurz die Hoffnung an die Welt verloren, aber... Zum Glück gibt es auch noch gute Leute, so wie ihn auf der Welt. Die sagen, dass so etwas nicht geht. Und die eine Ansage machen, damit so etwas nie wieder passiert. Okay, alles klar, er hat es selber gemacht. Gut, natürlich. Wie konnte ich auch nur so dumm sein und für einen kurzen Augenblick daran denken, dass es vielleicht doch noch Rettung auf der Erde gibt und gute Menschen. Ich hätte es eigentlich direkt wissen müssen. Wenn man ihn sieht, dann weiß man eigentlich schon ganz genau, Bro, der wird gleich unnormal reintrollen. Das kann nur ein Troll sein. Und der ist sogar in das gleiche Becken reingesprungen, wie der Typ davor. Das ist wirklich verrückt, Mann. Was müssen sich die Mitarbeiter denken, wenn sie das auf der Überwachungskamera sehen? Okay, es gibt viele smarte Wege, heutzutage etwas zu klauen. Aber dieser Typ hier, der macht es wirklich auf seine eigene Art und Weise richtig, richtig gut. Das ist viel Glück. Nein, ich liebe mich. Ich liebe mich. Nein, 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 nein. Das ist nicht sein Ernst, oder? Er nutzt die Katze aus, dass er einfach mit seinem Zeug rausrennen kann. Come on. Also ja, das ist wirklich eine abgef***te Idee, aber Respekte Hustle würde ich an der Stelle sagen, ne? Das hat safe noch keiner vor ihm probiert. Und was soll man da auch machen, ne? Okay, macht euch jetzt mal wirklich bereit für einen absolut gottlosen Clip. Wer auch immer diese Leute hier waren, oh Mann, die haben wirklich kein Gewissen. Nein. Oh Gott. Get in. Ach du heilige Scheiße. Also eigentlich finde ich das so ein bisschen lustig. Aber ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich das wäre. Stellt euch mal vor, ihr wollt so ganz entspannt draußen rumlaufen. Ihr kommt gerade vielleicht von der Schule oder von der Arbeit, seid schon richtig abgef***t. War schon ein richtiger Scheißtag, Mann. Und dann lauft ihr da lang und denkt eigentlich, euer Tag kann nicht schlimmer werden. Und dann kommt diese P*** in dem Auto vorbei. Ey, der muss auf jeden Fall heute nicht mehr duschen gehen. Oh mein Gott, Mann. Der ist komplett von oben bis unten klitschnass. Der wird so sauer sein, ne? Und das war sogar ein Polizist, ey. Also wirklich, das ist absolut gottlos. Die Jungs in dem Auto, die sollten sich schämen, Mann. Wie kommt man immer auf so ehrenlose Ideen? Ich war gestern auf so ein random Konzert. Ich hatte keine Ahnung, wer der Sänger ist. Ähm, aber ja. Seht selbst, was der gemacht hat. Mi primera Chamba. Me acuerdo el día que de la Chamba yo me enamore. Yo, chill, Bray. Das war beinahe sein letzter Auftritt. Was war seine Mission? Der war ganz kurz im Rockstar-Modus und dachte sich so, yeah, ich rage jetzt mal so richtig und mach ne richtig fette Show hier. Ja, hat ja gut geklappt, Mann. An das liebe YouTube-Team, was ja in letzter Zeit schon sehr viel Auge auf meine Videos wirft. Keine Sorge, ihm ist natürlich nichts passiert. Alles ist gut. Das gehört mit zu seiner Einlage. Er ist dafür bekannt, solche coolen Tricks zu machen auf der Bühne. Und wo wir gerade schon so über coole Tricks reden, wer von euch fährt eigentlich Skateboard? Also ich bin nie so aktiv Skateboard gefahren. Ich bin dann nur mit so einem Goofy-A-Pennyboard damals in der heißen Zeit damit rumgegrüßt und so ins Kaufland bei uns gefahren. Und auf dem Weg hat es mich so zwei, dreimal hingehauen. Ja, Mann. Mann, das waren echt verrückte Zeiten, ey. Dieser Typ hier zeigt uns jetzt auch mal einen coolen Skateboard-Trick. Wieso? 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 Also das war 100% der Frau ihre Schuld. Hat sie keine Augen im Kopf? Also, jetzt mal for real. Hat die keine Augen im Kopf? Kann die nicht dieses Skateboard vor sich sehen? Nee, nee, nee. Das sieht man jetzt nicht, das Skateboard. Nee, wie soll man das auch sehen? Ich sag's euch so, wie es ist. Das ist so eine abgef***ten Karen. Und die hat das 100% mit Absicht gemacht, damit sie danach schön ausrasten kann und die Jungs vielleicht noch anzeigt. 1000% hat sie das mit Absicht gemacht. Weil das kannst du mir nicht erzählen, dass du das Skateboard nicht siehst und dich dann so auf die Fresse legst. Ey, die ganzen Getränke, die hier aus der Hand geflippt sind. Also, falls sie das mit Absicht gemacht hat, verdient. Und falls sie es nicht mit Absicht gemacht hat, auch irgendwo verdient. Mach die Augen auf. Ein Kollege von mir hatte heute seinen ersten Tag auf Arbeit. Er ist jetzt Hausmeister und muss immer so den Boden schrubben in einem Geschäft. Und mal gucken, wie er sich so angestellt hat. Ähm, naja, ich sag mal so. Immerhin hat er sein Bestes gegeben. Also, das ist richtig ekelhaft. Würde mir sowas an meinem ersten Tag passieren? Jo, ciao. Ihr würdet mich nie wiedersehen. Haut rein. Vor allem, was versucht er da? Er kann es doch lassen. Hör auf, Bro. Hör auf. Du kannst es lassen. Es bringt sowieso nichts mehr. Du hast jetzt einmal versucht. Das reicht. Why did he do that? Ey, was ist das hier gerade schon wieder für eine Scheiße, Mann? Wieso hat er das getan? Das ist definitiv der Baggerfahrer mit dem meisten Swag. Der hat den ganzen Tag auf diesen Moment gewartet. Das ist noch jemand, der Spaß an der Arbeit hat. Ey, ich würde gar nicht darauf klarkommen, wenn ich dort in so einem Auto sitze und plötzlich der Typ auf der Baustelle vor mir sowas macht. Geiler Typ, Mann. Wirklich. Da wird der Job noch ernst genommen. Und wo auch ein Job ernst genommen wird, ist bei diesem Polizisten hier. Macht euch bereit. Für den besten Polizisten, den wir gerade aktuell so auf der Welt haben. Mit ihm sind wir sicher vor jeder Gefahr. Oh, ey, look at this dummy. God damn it. Yo, fresh out of primary school. Yo. Der Bruder kommt doch gerade aus der achten Klasse. Wieso ist der schon ein Polizist und chillt da mit so einer Weste? Und ich glaube auch, das ist eine echte Weste. Also, der Typ ist tatsächlich... Also, also nicht der Typ. Das Kind. Der Lil Bro ist tatsächlich ein echter Polizist. Ey, wie kann das sein, Mann? Ich glaube, die Polizei in England hat echt ein paar Probleme, dass sie jetzt schon die 15-Jährigen einstellen. Ich komme nicht drauf klar auf den jungen Burschen, ne? Der sieht auch echt noch so ähnlich aus wie ich. Bei so einem richtigen Einsatz, alle Polizisten kommen mit diesem Auto und der Kleine kommt mit der Paw Patrol angefahren. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ist doch geil, Mann, wenn der kleine Racker schon in der Polizei ist. Besser als in dem Alter zu irgendeiner Tankstelle zu gehen und um eine Elfbar zu betteln. Ich sag's euch ehrlich, wir brauchen eigentlich mehr von diesen Kindern. Der wird 100% mal einer der besten Polizisten der Welt. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, pünktlich um 14 Uhr. Ciao, ciao. Aaaaaaai.